Exekutor, wir haben ein Reinungsbefehl. Lass mich raten, du bist vom Beruf Musiker. Beim Beruf kann man leben. Eine Woche kann es bleiben. Oder Idee, du zahlst die halbe Miete. Hallo. Hallo. Stimmt so. Woher hast du denn das? Nimm es oder nicht. Es ist total seriös, ich ziehe das komplett professionell auf mit Upload und alles. Tut die komplette. Ich brauche aber wirklich geile Fotos. Ja. Wie schaut das aus? Ja. Ja was, ja? Ja, er hängt halt gleich so dumm. Du bist der ungeholbehafteste Typ ever, Georgie. Ich liebe depressive Männer. Schon öfter mit Ältere. Georgie, das ist ein Novo. Was? Das Wort Ältere. Du musst sagen, reif oder erfahren, erfahren. Das ist gut. Du musst charmant sein, bist sehr sensibel, ein bisschen macho, lustig, aber nicht blöd. Und du musst einfach auf sie eingehen. Und vor allem zuhören. Was? Ich schau aus wie der Fifty Shades habe. Falls du einmal fremd gehst. Jadwiga. Dann will ich's nicht wissen, okay? Das ist ein schlechter Zeitpunkt, nicht? Für was? Zum Verlieben. Schau mal, wer der ist. Der Georgie. Das Kind liegt noch nicht richtig im Geburtskanal. Ich weiß nicht ganz, was ich dabei... Ich brauche einen Orgasmus. Ja, das ist wehenstimulierend. Der Georgie. 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 Der Georgie.